und Jörg genau so ist das halt da war wieder was trinken mein Mund wird schon wieder ziemlich pappig einmal zehn und pappig um um die Uhr drei Auer voll auf die Schnauze oder Kunde der Höhlen Juhu also ich baue gerade irgendwas eine mittelalterliche Burg wir bauen dann irgendwo mal eine größere ich wollte eigentlich auch mal in den Dschungel gehen und so ein schönes Baumhäuschen machen aber das Problem ist heute ne das ist heute das Problem dass da der Dschungel ziemlich rumlackt auch in 720 also Dschungel ist und bleibt FPS Fresser da können die ich finde eigentlich schade dass sie in der 1.3 jetzt nicht endlich mal die Engine verbessert haben obwohl manche meinen dass die Engine besser ist aber ich sag mal wenn man in 720 HD aufnimmt mit dem TV Texture Pack und die Render Distanz auf äh normal und die Bäume schnell berechnet also die Texturen schnell berechnet dann kann man logischerweise davon ausgehen dass die Engine besser ist aber ich kann ja meine Einstellungen mal zeigen ich habe alle Texturen auf schön mit Optifine Multicore natürlich also das versteht sich an sonst würde es gar nicht gehen ein 256er Texture Pack die Render Distanz auf weit maximale FPS also ja ja und Full HD und ihr seht 50 auch Richtung Dschungel habe ich da noch 25 FPS ich glaube da müsste ich dann den Smoover einschalten ach du liebe Zeit nicht jetzt nicht mehr erkunden ich will jetzt was bauen und aus dem habe ich Hunger genau wie wir bauen jetzt ein bisschen ich wollte mein Haus drin verschönern und irgendwie bin ich jetzt wieder davon abgekommen das ist immer schlimm es wird auch schon wieder dunkel genau solche mit mir schlafen wegen kannst du aber davor setze ich noch eine Wunder hässliche schüttliche Blume vor mir aus das war ein cooler Spruch so war das passt gut 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 9 ich bin schon auf dem Weg es ist so schlafen gehen hier schlafen so endlich ich schreibe es halt in Chattel suchst was bringt die ja die ließen Prozent Milone ab Bauen Milone ab Bauen fast das Glas kaputt gemacht sie auch so woher mir eigentlich so viel fleisch ist Okay, obwohl ich dem Server jetzt auf dem Laptop ein paar Gigabyte zugewiesen habe, ist er immer noch am lecken manchmal. Also ich denke, das liegt einfach am 1.3 Update. Also ich finde, die Engine ist jetzt komplett im Eimer, wenn mich jemand fragt. Aber mich fragt ja niemand. So. Bin ich jetzt einfach mal der Meinung, dass die Engine jetzt komplett im Eimer ist. Es gibt natürlich Leute, die sind anderer Meinung. Ich bin jetzt eben dieser Meinung. Aber naja. Finde es auch doof, dass sie immer noch nicht diesen Lichtbug da behoben haben. Also, Chep, Chep, Chep. Da darfst du noch einiges, darfst du da noch machen. Wenn ihr euch jetzt fragt, wer Chep ist. Dann gebe ich euch gerne darauf die Antwort. Das ist der Weiterentwickler von Minecraft. Weil, wie viele gar nicht wissen, Notch entwickelt ja Minecraft nicht mehr weiter. Ach. Okay, also. Was denn? Normale, also, äh, Holzstufen. Birkenholzstufen. Also, normale Holzstufen aus Eichenholz lassen sich mit der Spitzhacke schneller abbauen. Und die anderen Stufen lassen sich mit der Axt schneller abbauen. Das ist auch fail. Ah, gut. Hm. Minecraft-Logik. Jetzt komme ich natürlich hier nicht hoch. Nö. Naja, klar. Jetzt habe ich hier extra eine Treppe hingebaut, die ich jetzt wieder wegreißen werde. Bloß, weil Staggler da nicht hochgekommen ist, sollte ich in Zukunft sein eigenes Zeug suchen. Äh, da war irgendwo jetzt ein kleiner Denkfehler, weil jetzt komme ich nicht mehr hoch in meine Kisten. Scheiße. Geht das? Das geht sogar. Reißen wir unten einfach mal alles weg. Jetzt kann ich in die Kiste rein. So, zack. Habe ich Leitern genug? Wie viele Leitern, das ich habe? Das ist ja krank, ey. Das hier ist aus Tropenholz. Na ja, gut, das kann ich jetzt so lassen. Nein. Block falsch platziert. So. Alter, Vater. Ich hoffe, es ist ein kleiner Stößer, dann auch noch zu uns, wenn ich stand, hat auch packen. Das wäre die Leiter nicht hochgekommen, ist das sehr Wahnsinn. Kommt zu glauben. Minecraft, 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 Minecraft. Ja, dann würde ich sagen, wir bauen uns irgendwie mal so ein schönes Schloss. Ja, baue ich ja gerade. Wo bist du, dann helfe ich dir, dann sehen die Zuschauer wenigstens was. Guck auf die Minimap. Wo ist das hier hoch? Oh, wo bist du hier? Ja, ich meinte eigentlich etwas größer. Und nicht einfach irgendwie so sinnlos in die Landschaft gepfercht, sondern eigentlich, na. Ja, das wird... Bist du hier eigentlich? Hier oben, ganz hier oben. Nein, ich meine, wo das hier ist, auch hier hinten, ist das... Ja, ein bisschen größer, nicht einfach so sinnlos. Ja, das ist... Man kann es ja noch erweitern, das soll ich halt erst mal nur so... Ja, nee, Domi, das ist jetzt, ich weiß auch nicht, das sieht jetzt einfach, dass sinnlos in die Gegend geklatscht aus. Sorry, gefällt mir nicht, jetzt nichts gegen die, aber... Das ist nicht schön, weißte. Doch, das ist schön. Wenn es etwas so sinnlos in die Gegend geklatscht ist, dann ist es ja nicht sinnlos in die Gegend geklatscht. Ganz viel Liebe in die Gegend geklatscht. Was überhaupt eine Ahnung von Liebe? Nein. Welcher hat die Blöcke? Ich habe es jetzt... Alter, was du auch zu lachen, du Junge. Zu lachen, du lijn! Zu lachen, sonst ruhig den Lack und Leder, ey. Und dann lachig dich. Und dann hast du kein Lack mehr. Und dann wünschst du dir... Nein, doch, du wünschst es du dir, du hättest Lack gehabt. Wenn mein Mauspad Flick schon wieder, das ist... ocdieb. Da klippt auch die Maus dann so fest. Da kann man überhaupt nicht richtig zocken. Das ist ekelhaft einfach. Nur ekelhaft. So, das ist die Niederkiste. Hier haben wir die Holzkiste. Da kommt mal Holz drin. Was haben wir denn hier noch so an Holzbestand? Holzstufen. Stufen, Treppen. Da kommen die Stufe nochmal rein. Die Treppen kommen hier rein. Die Treppen kommen hier rein, hab ich gesagt. So. Zack. Und zack. Und zack. Zack. Jut. Sieht schon mal gut aus. Ähm. Jo. Kohle hab ich auch wieder hier noch. So. Da hab ich mal wieder Kohle nachgebessert. Das Eisenerz packe ich einfach mal hier rein. Ist keine Kohle drin, aber mir jetzt egal. Ja. Jut. Schön. Dann haben wir das gemacht. Ist doch schon schönes Häusle, ne? Aber was machen wir jetzt? Geh ich mal gucken, was X-Craft da so macht mit dem Schloss jetzt hier. Ich finde, das ist gleich ein bisschen größer bauen sollen. Ja, das wird ja auch nur größer. Was ist denn das? Da hinten ist das MPC-Dorf schon. Ja, ich glaube, ich werde mich da mal dran machen und eine Kartstrecke da hinbauen. Mach du das und ich erst mal das. Bauen wir da mal ein Kartstrecke hin. Ich weiß es nicht. Wollte ich ja eigentlich mal im LPT-Plan, war das ja mal drin gestanden. Wieso bauen sich die Bäume hier eigentlich? Was ist das? So, weil die da mit dran hängen. Hier ist noch Holz drin. Wer macht denn sowas, ey? Meine Güte. Ja, Minecart-Strecke. Mal gucken. Mal gucken, da werden wir auf jeden Fall viel brauchen. Da werde ich einen Tunnel durchziehen müssen. Haben wir in den Taten haben wir so viele Schienen? Nein, aber wir können Schienenkraften. Du bekommst ja aus einem Rezept 16 Stück. Ui, ja, das... Das ist doof, das soll dann die Boosterschienen, aber da haben wir hoffentlich genug Gold. Ja, wir haben genug Gold. Ich weiß nicht, guck Gott. Ich hab 16 und du. Was, 16 Stacks? Nein, 16 Bahn. So wenig. Komm, ich hab drüben, drüben im Dorf ist noch, ja. Drüben im Dorf sind noch drei, vier Stacks. Muss ganz, ganz vorne in den Küsten gucken. In der Nähe von Sturz 35. Weißt du was, die nehme ich mir mal. Mal gucken. Dreieckstühne habe ich ja genug. Ja, ja, wir machen jetzt mal ein Höwi, ein schönes Crafting. Crafting machen wir heute mal. So, ich brauche dazu Jollt. Hab ich Jollt, jawoll. Brettstühne haben wir. Äh, Spitzhacken brauchen wir nicht. Holz brauchen wir. Was haben wir denn hier genug von? Gar nix haben wir genug. Muss ich alles mal umwandeln in Bretter. Ach ja, stimmt. Man bekommt ja mehr Stöcke. Da haben wir noch Stöcke. Das ist gut. Treppe kommt hier hoch. Hier haben wir noch Zäune. Schilder. Naja, naja. Wird schon hinhauen jetzt so. So, zack. Erstmal Stöcke gemacht. Ähm, Schienen. Ach, wie? Ach, ich hab hier ja drei Stacks. Ach, das ist gut. Wird zwar nicht reichen, aber immerhin. Hilfe. Geht auch die Leiter da runter jetzt, der Typ. Dann würde ich sagen, ich nehme mir mal hier den Crafting Table mit. Dann, ja. Es tut sich gerade irgendwas am Laptop. Moment, da muss ich mal ganz kurz. Ganz kurz korrigieren. Das ist ja gar nicht warm. Ist gut. Und da wird es auch schon nachts, aber ich gehe jetzt erstmal pennen. Ey. Pennen. Geht wieder nicht. Dann halt Time Day. Mir egal. So, dann. Ach, hei, 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 hei. Ich hab ja was ganz vergessen. Und zwar wollte ich ja ein bisschen Gedudeln im Hintergrund anmachen. Weil's mir gerade so einfällt. Und die Systemlautstärke passt wieder nicht. Ich hab mich wieder überhaupt nicht vorbereitet heute. Weil Fraps nimmt ja immer die Systemlautstärke auf. Und wenn ich die Systemlautstärke runterriegele, dann hab ich da ein Problem. Ich mach mal ganz kurz ein Gedudeln im Hintergrund. So, dazu muss ich kurz in die Ding gehen. Habe ich jetzt total vergessen. Und nein, keine Angst, keine Copyright geschützte Musik. Sondern die hab ich von Starkiller bekommen. Die kann man sich auch runterladen. Ähm, Tag Playlist. So, da. Weil ich gehe jetzt mal ganz kurz auf alle wiedergeben. Und jetzt wird's gleich zu laut. Nein, 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 da ist er. Domi? Ja? Okay, dann stell ich das jetzt mal so ein. So, das ist nämlich Musik von Kevin McLeod von Incompetech. Den Link packe ich mal in die Beschreibung. Und dann lass ich das jetzt einfach mal hier im Hintergrund düdeln. Gefällt mir eigentlich auch ziemlich die Musik. Und passt ein bisschen zu mal.